und hallo und willkommen da war es bist du gelandet holz direkt daneben was ich habe nichts aufgesammelt ja okay ist alles noch da kacke ich habe vergessen weil mein aufnahmestatus steuerung und steuerung a also normalerweise habe ich da mein optifine beim normalen minecraft kacke aber auch egal bauen wir uns noch mal hoch aber jetzt ein halli hallo von ihm und mir genau die letzten folgen waren extrem lang fand ich ja jetzt ich gucke jetzt mal ich habe jetzt mal auf die uhr geguckt wann wir jetzt angefangen haben und dann sag ich bescheid wenn wir fertig sind weil das ist ja schon nervig wenn wir extrem lange folgen haben ich bin gerade dabei ein bisschen kies herzustellen damit wir uns eventuell dass ich aus dem ganzen kies wenn ich es durchsiebe diamanten rauskriege damit wir uns eine diamant rüstung herstellen können was natürlich ein bisschen ja hoch gegriffen ist aber es könnte klappen genau vor allem wenn wenn ja in den neta gehen wollen müsste man ja auch so ein bisschen mehr überleben können weil wenn die pigments sofort angreifen hat man ja schlechte chancen eher so gesehen und das deswegen dachte ich macht man das so am besten mal dass man erst die rüstung machen wo er sich herstellen tut kann man sich kann man sich irgendwie leder herstellen oder braucht man dafür wirklich kühe oder pferde oder im neta falls diese schweinchen geht aber ich glaube nicht dass es diese schweinchen gibt da ok ich weiß auch diese komischen kriegenden scheiß schweinchen ja 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 ich weiß was du meinst ok bei mir hat lecker hat es gerade total geleckt irgendwie die ganze zeit tausend blöcke abgebaut und nichts ist passiert ja und wenn man kann ja auch erstmal alles nur mit stufe 1 verzaubern irgendwie so auch wenn es dann ein bisschen schwachsinnig ist irgendwann könnte man sie auch wieder runter machen aber hauptsache man hat überhaupt erst mal einen schutz würde ich jetzt immer behaupten ja und wenn ihr euch fragt wieso mein inventar schon wieder leer ist das ist ganz blöd gelaufen und zwar im offline modus oder gerade auf screen war ich gerade an unserem öfen habe brot oder so gerade rausgeholt und auf einmal tauchen da zwei creeper auf explodieren direkt vor mir hat er ja lassen mich fliegen sagen wir es mal so und landete dann hinterm zaun also und viel runter ich habe zwar noch geschafft in den game mode zu wechseln also aber ich konnte nicht mehr fliegen das war zu spät leider ja das ist ja das war scheiße aber naja ok so möchtest du auch ein bisschen kies haben oder ich glaube ich brauche nicht genau beschäftigt die ganzen ärzte die wir jetzt haben erstmal aber schon zu verwandeln während im hintergrund verschmelzt ok naja ich glaube nicht so wirklich dass ich ein paar diamanten rauskriege das wird dauern ja aber so kriegen wir auch noch ein paar erz noch mit raus hier und da wurde ein ei gelegt hat so richtig geploppt was ist denn das da man auch kriegt man auch baumiel daraus oder bin ich gerade nur blöd doch höchst du kriegst du kriegst du ziemlich die 1 also das sorten staubsorten alles möglich eigentlich ok ich guck mal so nebenbei was so am handy los ist da ich ja bisschen zeit habe kann ich ja immer mal mit durch gucken weil ich muss ja nicht gerade so wirklich unbedingt auf dem bildschirm achten hat sich letztes mal bewiesen als du beim ofen warst ja aber da du ja gerade in der nähe bist ja ich mal bin ich da relativ sicher relativ ja relativ hat sich sicher mal gucken was habe ich denn jetzt raus bekommen der für mich nix brauchbares nein natürlich alles brauchbar zurzeit weil wir ja eh ressourcen brauchen material damit wir uns maschinen herstellen können aber dafür brauchen wir auch redstone aus kies nein aus hand aber es gibt ja netherrads und sobald ich eine picke habe geht's los ok wir müssten hier auch eventuell mal so ein counter einbauen so ein todes counter die oft man schon gestorben ist aber naja kannst du ich will dir mal kurz was neues zeigen ein neues special was jetzt zum links gekommen ist wenn du zwar endlich mal mehrere flüssigkeiten drin hast klick auf die obere flüssigkeit damit sie nach unten kommt und die und wenn sie unten ist kommt es als erstes raus ok so kannst du aussuchen was zuerst rauskommt wenn du auf die richtige flüssigkeit drückst ok so wollen wir nur gesagt haben also ok gut zu wissen aber man dauert das lange aber naja was tut man nicht um irgendwas zu stellen zu können ganz genau unser dynamo damit wir der energie kriegt in den pulver raiser und dann müssen wir erst nicht mehr machen dann braucht man ja dann nur steine rein tun oder und kriegt man ja kies raus und muss man steine trotzdem abbauen ich weiß gerade nicht okay ich weiß jetzt wie man dings bekommt was dann stahl das ist gut meine hand schläft gerade ein vom ganzen drücken so der letzte ah nein das weiß ich gar nicht ach mist ok egal mal gucken 15 kohle lapis also ich hab noch kein dir bekommen ey cool ok ja ich habe gerade mal ausgerechnet wie lange wir noch haben wir noch gute zehn minuten musste gerade mal überlegen wie viel zeit wir noch haben halt wie geil das alles ist also das neue buch das war cool kannst du dir mal anschauen also aber da wird gesagt wie man das zeugs bekommt den stahl ok was du jemals stahl brauchst gut also jetzt kommen wir zum schwert machen das wollte ich jetzt endlich mal kommen und zwar wenig spitzacke wir brauchen eine blankpattern ich mache spitzacke also die mission zu ende da ja willst du gleich zwei spitzacke machen ja welchen sofort machen sobald sein natürlich kann ja so wir brauchen Prozent die Gäste in der Kast nach Menos wird der Scheiße bei mir nicht der Gäste Kast gut dafür brauchen wir gesagt er spitzacken kopf da hat der Gäste dran müssen wir aussuchen dann müssen wir erst und verstellen da rein tun stein weil stein und wir brauchen halt irgendwie eine form erst mal ich habe da drin schon aluminum brass 3 aluminium ein kupfer waren drüber gießen und da in den kast gut wir können dann gleich ich mach mal submitten und dann können wir claim reward ach stimmt ja warte mal da fällt mir ja grad wieder was ein und zwar mir fehlt ja auch wieder mein questbook achso glaub davon sollten wir mal einen vorrat anlegen na nicht wirklich ansonsten liegt es rum das ist beschissen wenn es zu viel zeugs rum liegt so was sagst du wir können bei den casting weil was soll ich nehmen tasche ja ich habe auch ich habe also mit lipid slime können wir dann dings lau slimes von herren bock auf lau slimes also reward back okay claim reward wieso bin ich noch im game out t-slash game mode so geil ich habe beef jerky ich habe fleisch wie toll ich freue mich das ist das ja basic ich habe papier bekommen super und jetzt aber so viele hat man mein herz hier mit rein jetzt haben wir zwei boote mit fehlerfall so dann gucke ich mir mal die nächste quest an was man ITS automatik geht nicht dafür brauchen wir den atomis aktivator und dafür brauchst du zwei emelos und zwei diaz also die zwei diaz hätten wir ja schon mal nackten ach das ist das ist das eine ding ist ja das was ich auch im projekt hatte ach geil claim reward du hast schon flu duktes und pneumatik server gemacht habe ich doch gesagt da hatte ich ja nicht gewusst den wort habe ich gar nicht gehabt egal noch eine tasche zum öffnen 64 klaus zum block nuke not so gut wie word what's fuck ist ford schmeckt ach so das ist dumm guck ach wie geil dann kann ich mir in graust und zusammenbauen kannst du mir das zeug geben ja bitteschön ich komme jetzt in graust und block zusammen ok warte mal warte mal ich habe zwei graust und blöcke gut ähm also jetzt tue ich jetzt mal die dinger schmelzen okay dann viel erfolg dabei haben wir hier noch eisen irgendwo ja ich habe gerade eisen eingetan äh genau wir brauchen eisen und ferris und äh nickel ja also nickel und ferris da haben wir nickel ich muss gerade überlegen wir brauchen in vage und zwar brauchen wir für einen dein dynamo so ein dynamo da in bei dynamo brauchen wir ein zwei drei und dann vier das heißt drei plus vier sind sieben und dann nochmal vier sind zwölf ich glaube wir brauchen zwölf fünfer merken wir den dynamo ja vier habe ich 36 davon acht zwölf acht ja acht elf elf brauchen wir ich hau noch mehr eisendast rein ne ja ja elf brauchen wir dann also wie gesagt zwei eisen ein nickel ergibt drei also eins zwei drei das sind dann sechs wir haben zwölf eisen insgesamt drinnen jetzt gerade mhm ähm dann stelle ich mal ein bisschen sand her weil ich ein bisschen glas brauche ich glaube zehn stück müssten gerade erst mal reichen leichten became technisch aus jetzt heute smartphone ich mache obsidian obsidian netherrack und eisen ok muss das bloß haben wie ich das richtig sortiere also wie ich das richtig mache das das buch ist hier nicht das buch ist dort das braucht sich noch mal für den glaseisen ja da hat man schon mal glas muss ich gerade noch mal ein bisschen eisen herstellen ich brauche auch gerade ein bisschen dafür ok ich also ich brauche sieben eisen und 2 für diese wasserpumpe da oder was das immer noch mal ist wieso machst du das die wasserpumpe jetzt für den nächsten das ist ja die quest da ja aber wir kommen an das andere ding nicht so schnell ran an was und das andere was hier noch kraft müssen für die mission diesen auto nur muss ja in war genau jetzt haben wir zwölf stück passt da kann man über block machen und hier mache ich dann in war ingot ja ok stimmt die emeralds fehlen uns eben teilt ich habe in war du kannst du sein motor bauen hier schon mal anfangen ach ja dann muss ich ja klein machen ins crafting feld ja gleich sekunde mhm dann ich schau jetzt wie gesagt ach nee wachs mal ich kann ja dings machen diese super ähm du weißt schon ähm super metall also das gute metall das werde ich auch machen für die beiden spitzhacken dann aber ich hatte ein obsidian äh genau da alomite also fein verlimmung 2 iron und 2 obsidian kriege ich hin ach nee das ist das falsche buch äh brauchst du noch eisen ich äh war klar vergiss nicht das eisen genau äh nein das eisen bis jetzt kannst du gerade eisen rausnehmen ok ich tue gerne das im buch das ich machen muss ups was ich sagen ich habe wenn jetzt auch nochmal kurz ein eisendast nachgelegt mhm äh wo war denn der ausguss hier äh wo ist er Da halt, wieso backt das so rum gerade? Was denn? Das hat gerade total rumgebackt Okay Das Eisen ist unten, das heißt Eisen kommt zuerst raus Ja, ja, aber mir lief gerade das Eisen und lief und lief Wenn du zweimal draufklickst, dann läuft das nicht mehr Ja, ja, schon, aber das lief und lief ganze Zeit Ich dachte schon, scheiße, wieso läuft das jetzt ganze Zeit? Da ging nämlich das andere auch gerade mit runter So Okay, ich weiß, was ich machen werde Also netherrack Für Toolrod Also netherrack ist dann für Halterung und sonstiges Eisen mache ich dann als Stab Glaube ich Und Ansonsten brauchen wir halt Obsidian Ich frage mich, ob ich auch netherrack zu labern machen kann Ja, kann ich sogar, cool So, sehr schön Da habe ich sieben Eisen und das sind noch zehn Stück drinnen Elf, weil ich ein Grad ja noch brenne Mhm So Ich baue, ich mache das Ding trotzdem schon mal bei den Was, welches Ding? Im Teil diesen Na, tu unsere Ressourcen nicht verschwenden, wir brauchen sie Okay, dann ich Wir brauchen sie einfach nur Und was soll ich jetzt für einen Motor bauen mit dem Äh Äh Den war Ingotts da, was du mir gegeben hast? Vielleicht Äh, den Dynamo Äh, Magmatic Dynamo Magmatic Dynamo So, was brauche ich da? Ein Eisen in die Mitte Und vier solche Dinger drumherum Also, zwei Stück 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Habe ich zwei Zahnräder Äh Haben wir Redstone gerade hier unten? Nein Nein, muss ich nach oben gehen So Redstone haben wir elf Stück Mhm Bring ich mal mit runter Okay So Und dann kommst du hier hin Du kommst dorthin Das Gold kommt hier in die Mitte Habe ich das Ding? Äh, okay Dann habe ich sogar schon alles Äh Das hier hin Oh Gott, wie war denn das nochmal? Äh So, so Okay Das Crafting Rezept wird mir also falsch angezeigt Finde ich super Wie muss ich Wie muss ich Wie muss ich denn das Ding craften? Ah, nein Scheiße Ich habe das falsche Ding gerade gecraftet Oh, nein Gut Aber jetzt brauche ich Äh Jetzt brauche ich das Obsidian Ich gehe mich mal ran Obsidian Ich gehe mich mal ran Okay War das jetzt Lead? Nee, Silver Äh Haben wir einen Silber, Ingrid? Silber, ja, haben wir Also, nicht Ingrid, aber als Dings Du weißt schon Unten, ne? Ja Okay, wo bist du denn? Iron, Iron, Silber Ops Slektikapnussel Also, wie war das nochmal? Ähm 5 Aluminium 2 Eisen 1 Dings Ja Ich brauche nur einen 5 Aluminium 2 Eisen 2 Obsidian Da reicht ein Obsidian Block Da Ähm Ups, sorry Da Nein, zix Braucht nix Äh, das Eisen ist schon drin Jetzt brauche ich noch 5 Aluminium 1, 2, 3 Äh, das sind dann 2 Aluminium Äh, 4 Aluminium meine ich Soll ich nur noch 1 Aluminium Hm Er kann zählen Oh mein Gott So, 1, 2 Komm ich gleich wieder Tue ich das schon mal in den Ofen rein tun Ja, dann schmeiß ich meine Sachen oben in den Ofen rein Glas raus Silber Oh, das kann hier rein Hast du ein Problem damit, wenn ich ein paar Hühner töten tue? Wie viel brauchst du denn? Einfach so zum Essen? Achso, ja, aber dann tue sie aber zuerst abharen lassen Dann tue ich Okay Dann baue ich hier kurz mal das Weizen ab Pflanze schon mal ein neues Weizen einmal hin Ja, also wachs mal, ich tue noch mehr Weizen Oben ist ein Haufen Weizen Äh, nicht Weizen, sondern Du weißt schon die Kerne Ja Weil wir wollen das hier auch wirklich Ganz aufgebart haben Willst du mir mal rüber schmeißen? Mensch So, welches Huhn war denn noch nicht befriedigt? Einfach egal, einfach rumklicken Scheiß drauf Die werden sich schon finden Du, auf jeden Fall noch nicht So, das war's Dann töte ich jetzt mal Vier Stück Ja, aber nicht mit dem Hammer Ja So Haben wir vier Hühnchen gerade Oder hab ich gerade rausbekommen Die ich mir sofort braten werde Weil ich Hunger habe So So Redstone Kann ich jetzt das Ding dorthin So Dann kann ich hier jetzt dran So, hab diesen Motor Dynamo Jetzt, was muss ich jetzt damit machen? Dreimal den Armat Äh Jetzt tust du ihn halt zu dem Denkst du immer an die Maschine dran tun Also, dass er die Maschine berührt mit seinem Kopf und An den Pulverizer Ja Hab ich Und so ist dann Am Motor Äh, mit Lava Und einen Eimer kriegst du hier Ja Ist cool Ich schmeiß den Eimer schon mal hin Unsere Spitzhacken sind gleich fertig Und ich weiß, wie ich sie benennen werde Copy and Paste Okay Okay, lass mich raten Die Lava kann ich mir nur aus den Öfen da wieder herstellen, ne? Äh, die Lava kannst du nur aus den Teilen rausziehen Okay So Spitzhacken sind fertig Level Aradite Mining Speed 8 Durability 660 Gut, also Das ist Copy Ich bekomme Copy und du bekommst Paste Okay Okay Copy Ich habe eine Kopie und du hast Paste Du hast Paste Ja, passt doch, du hast davor Spaghetti gegessen Ja Ja Oh, was machst du da? Wieso tust du die Lava auf dem Boden? Das war, ich wollte ich gar nicht Super Jetzt hast du ein Glas angetan Okay Äh, du Vergiss nicht, äh, Stein oder Netherrack zurück in die Teile reinzutun, damit sie noch mehr Lava müssen Ich tu mal Netherrack rein Passt Ähm, mir gesagt eine Paste hier Die liegt da Die liegt da Und ich gehe zu Netherrack und mache den ersten Test, ob sie funktioniert Warte mal kurz kurz, kurz unterbrechen Ja Okay, das geht definitiv viel schneller Äh, mal gucken Äh, mal gucken Geht das? Ich gehe hier jetzt so Pobblestone Pobblestone Die ist da drinnen Die Kies Äh, es geht ja sofort nach rechts Du, hier nicht Nach rechts? In die Kiste rein So, okay, das ist okay Output Automatische Output Also, wie gesagt, ich gehe jetzt in den Nerven und probiere meine Copy aus Okay, soll ich mitkommen? Okay Ich habe es ja halbwegs sicher gemacht mit unseren Gang Ich gehe schon mal vor Und wenn ich schreie wie Mädchen, gehst du lieber nicht rein Okay, finde ich süpisch Ich pack gerade einmal alles raus, bei mir öffnet sich gerade wieder nichts Mhm So, warte Ja Ich mache gerade die Dinger traurig, die Schweine Wieso machst du, ah Du machst sie wieder wütend Traurig Weil sie dann so ein heulendes Geräusch machen, so Oh man Ja, also machst du sie wieder wütend Ja Und traurig Was aber scheiße ist, wenn wir bloß Arraylight abbauen müssen, wenn wir uns dann in der Arraylight Spitznack irgendwann machen müssen, aber Keine Kobold oder keine Manilion Das ist blöd, weil Manilion ist das Beste Ähn Ach so, wir sind eigentlich schon längst wieder über der Zeit Wie viel? Ähhh circa zehn minuten also ich habe schon 40 minuten aufnahmezeit circa 35 ja es passt okay dann würde ich sagen wenn wir hier mit jetzt die folge und wir sehen uns im nächsten part wieder also leute raus ja war noch kurz für die leute die es wissen unsere spitzhacken funktionieren also danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal